Hey Leute, wir machen weiter mit Quake 4. Ja, und wir müssen nur noch diesen Schalter betätigen und dann wird irgendwas Spektakuläres passieren. Das machen wir einfach mal. Alles klar, wir müssen weiter vorrücken und irgendwelche Controls hier activate the processes. Mal rauf, die Hütte. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Er speichert nochmal ab. Na? Kleiner Donkey Kong, was ist mit dir los? Oh ja, die Waffe kann man ja auch mal nutzen. Macht irgendwie nicht ganz so viel Schaden, wie ich dachte. Aber läuft. Ich muss mal ganz kurz meinen Sound ein bisschen leiser machen. Das berührt mich hier so an. Ah, die Waffe ist gar nicht übel hier. Die staggert die Gegner. Kleines Gewitter loslassen. Und die Gegner, die machen kaum Schaden. Guckt mal, der hat mir ein HP abgezogen. Finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Hoppala. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Gott verdammt, wo ist er denn? Auf jeden Fall ist es nicht gut, neben den roten Fässern rumzutanzen, habe ich das Gefühl. So, Leute. Er ist der gefährlichste hier. Bam, auf die Fresse. Okay. Lass mal mal das Fass ein bisschen hochgehen. Wo ist denn der? Voll mit der Laserpistole auf die Fresse. Das macht ja gar keinen Schaden hier. Okay, das war's hier aber anscheinend schon. Das hätten sie direkt aus Doom 3 rausschnibbeln können hier, den Level, oder? Bisschen heller gemacht und dann sind wir auch schon Quake Beer. Hallo. Na, 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 na. Warum ist die Bums? Nehmen wir mal den Rocket Launcher. Na los, weg mit dem Schild. Das sollte genügen. Jawohl, ja. Okay. Hier verpassen wir ein paar Headshots. Alter, Alter. Erlebt ja immer noch. Okay, da drüben ist auch noch einer. Bitteschön. Und, hat das gereicht? Und nochmal einen da hinten. Guten Flug, mein Bester. Da hinten ist noch einer. Die halten immer zwei aus, oder was? Hier links quatscht noch einer. Eie. Eie. So. Donner des Gottes. Wir prüben noch irgendwas. Seine Mumpel nochmal einsammeln. Das ist nie verkehrt. Muni ist immer das, was sehr rar besägt ist. Na? Ist hier irgendwer. Hier ist keiner. System offline. Na, das wollen wir doch eigentlich, oder? Oh. Da sollte ich am besten nicht runterfallen. Jawohl. Radar recht. Drücken wir mal drauf, was passiert. Okay, probier's mal aus, Junge. Sterilisations-System ist wieder aktiviert. Oh Mann. Okay, wir sollen wieder zurück. Das tun wir auch mal. Okay, wir müssen wieder zurück. Genau das. Da warten schon die Nächsten wieder. Oh. Er ist aber übel gelaunt. Ach du Scheiße. Okay. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln, hat er nicht gemacht. Blitz und Donner, jetzt ist alles leer hier. Und alles muss man nachladen. Los jetzt, mach hin. Jetzt fall endlich um. Meine Fresse. Guck mal, was bewegt sich hier noch? Hey, der Witzger. Also die Rakete, die hab ich mir direkt selbst vorm Dönitz gehauen. Ich wollte eigentlich auf die Schrotflinte wechseln. Und da hatte ich gerade keine Muni. Okay, hier werden wahrscheinlich auch noch welche warten. Ich seh erstmal keinen. Meine Fresse, mitten aus dem Schatten. Du hast doch einen Schatten, Alter. Hi. Der hat wieder ein bisschen Schrotflinten-Muni für uns übrig. Oh oh. Komm, komm. Wir könnten natürlich nochmal ein Stückchen zurückgehen und uns das Herz wieder aufladen. Ich glaub, das werd ich auch tun. Denn so richtig gut sieht's grad nicht aus. Mann, wo ist der denn? Okay, 17 HP. Nope. Das ist mir zu knapp. Da gehen wir nochmal zurück. Ansonsten hat das hier ein schnelles Ende und das wollen wir ja nicht. So, wo ging's denn da lang? Hier mussten wir rein und dann auf der rechten Seite. Da haben wir's doch schon. Die Murmel wieder ausgedrückt, aber auf 100, nicht. 97 sollte aber auch reichen. Aber wartet mal, wir haben doch noch irgend so'n ähm da die Waffe suche ich doch. Mensch, so. Ähm, wo hier ist lang? Verlaufen. Ich hab mich echt verlaufen. Grad ein bisschen verwirrt. Ne, warte mal. Da war ich, da unten musste ich hin. Genau, das ist nämlich hier so'n ähm Snipergewehr und das ist nicht verkehrt. Gerade, ähm Multiplayer-Spiel ist das den Goldwert hier. Wenn man trifft. Und, hat's gereicht? Zwei Schuss, alles klar. Aber da waren doch noch zwei, oder? Welche Nummer ist denn das eigentlich? Die Acht ist das. Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Der schießt mich immer in der Sekunde an, wenn ich grad schießen will. Okay. Ich seh ihn aber auch. Ich seh ihn einfach nicht. Das ist doch jetzt echt kürzer. Restart. Den werden wir doch betreffen, oder was? Gibt's doch wohl nicht. Ach. Warum hat er das immer macht? Ne, Jackpot. Quicksafe. Quatsch. Verdammt. Da ist er aber auch mal. Wir gehen einfach mal rechts rum. Der zieht ja schon noch. Jetzt verpisst er sie ja noch. So'n Arsch. Speichern wir mal ab hier. So. Oder adios. Ich hab's Gefühl, das war's noch nicht. Nehmen wir mal die Pumpe in die Hand hier. Mal abspeichern. Jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger hier, ne? 6 HP. Okay, das hat man aktiviert. Hier braucht man nichts weitermachen. Wir müssen wieder zurück. Was anderes geht ja eh nicht. Oh, da haben wir noch ein bisschen Herz übrig. Herz an Herz. Tag und Nacht. Und 62. Und nochmal ein Health Pack. Natürlich. Nur ich kann das regeln. Wo muss ich denn hin? Schon wieder eine Weile her, dass ich gezockt hab. Ich weiß nicht. Wo wir herkommen, was wir machen müssen. Auf jeden Fall ist das ein Gegner. Oh, fuck you. Fall um. So. Bitteschön. Der ist hinüber. Okay, ich speichere jetzt ab, Leute. Jetzt stirbt man doch schneller, als er im Lieb ist. Ist da noch einer? No. Über die Pumpe müssen wir nochmal durchladen. Bevor wir dann ohne Muni dastehen. Okay, es gibt zwei Wege. Hey. Hoppala. Hey Donkey Kong, lass den mal. Okay, es wird rot. Hat abgeschlossen. Dann machen wir das halt. Geil, wir sind wieder voll. Ah. Okay. Und jetzt? Da kommt man da hin. Und jetzt hoch, oder was? Nee. Hm. Erstmal abwarten und mal beobachten, was das hier alles bringt. Jetzt wieder her. Jetzt könnte ich da drauf springen, oder was? Hopp. Ah. Wundervoll. Und mal absparen hier, Leute. Hier brauchen wir nichts drücken. Das ist alles offen. Oh, hallo. Hey Donkey. Du hast meinen Kumpel getötet. Das gibt's auf den Sack. Okay. Und damit hat man mal den Level abgeschlossen. Meine Fresse. Haben wir mal gut auf den Sack bekommen. Aber haben's da doch noch gemanagt. Ja, ich bin mal gespannt, wie lang das Spiel noch geht. Aber so... Insgesamt muss ich sagen, dass mir diese Passagen hier im Inneren doch besser gefallen, als die draußen. Jawohl. Jawohl. Oh Mann, ey. Das war cool mechanisch hier. Fetzt. Sieht gut aus. Oh, oh. Irgendwo höre ich hier ein. Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Da. Krass, was sind denn das für Läufer? Ja, wollte ich gerade einfach nur durchrennen. Hätten wir beinahe verpasst, die Jungs. Okay, hier muss man anscheinend aufpassen, dass man nicht runtergeschoben wird. Theoretisch könnte ich doch auch hier runter, oder? So. Bevor ich hier irgendwie zerquetscht werde. Ne, jetzt bin ich auch wieder drauf. Aber da drüben haben wir noch was. Hoppala, jetzt komme ich nicht mehr hin. Verdammt. Oh, ich brauche ich eh nicht. Hier ist das Ganze schon ein bisschen schneller, ne? Oh, da. Ganz gekonnt durch. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts weiter. Oh, oh. Da möchte man nicht dazwischen stehen. Oh, ne, Baller. Nochmal abspeichern. Ich habe das Gefühl, da oben werden gleich welche kommen. Viper Squad, this is HQ. A group of all the Marines have been located in your area. Roger that HQ. Viper Squad is on route now to help. Ähm, und jetzt? Irgendwie muss ich doch da rüber. Da unten, das ist grün. Das ist auch grün. Oh man. Das möchte man nicht auf den Deckel bekommen. Boah. Neue Frisur brauche ich jetzt nicht hier. Okay, hier kann ich aber nichts weiter machen. Hier kann ich noch ein bisschen was einsacken. Ansonsten müssen wir hier an den Sägeblättern vorbei. Ops. Dann geht es den ganzen Weg anscheinend wieder zurück. Da unten müssen wir hin. Ich speichere mal ab. Uiuiui. Wann schon ein bisschen geföhnt. Wir haben auch noch was zum einen Sacken. Nie verkehrt. 103 Rüstung. Damit lässt sich was anfangen. Da hinten ist rot. Ist hier noch irgendwas? Hier haben wir noch was? Und sonst ist hier nichts weiter. Okay. Und durch. Hoppala. Tierisch erschrocken, Mann. Das ist mal eine Fahrt hier. Und raus. Hier ist aber alles rot. Da oben geht es weiter. Okay. Na, hier hört sich alles so gefährlich an. Ach, da unten waren wir gerade. Oh, neps. Das ist mal Fließbandarbeit. Okay, wir sind anscheinend angekommen. Er speichert für uns. Hey, Junge. Okay, wir werden hier die Zange genommen. Nicht mit uns. Gibt es auf den Sack. Okay, wir müssen geradeaus. Da drüben ist hier noch irgendwas zum einsacken. Ja. Jawoll, ja. Ich glaube, war auch Rocket Launcher dabei, oder? Ne, Rocket Launcher war leider Gott ist nicht dabei. Den haben wir. Nur mal ganz kurz durchgucken. Ah, nehmen wir die Pumpe mal. Fuck you. Bam. Mit der Rolle? Das ist nicht die beste Taktik, Junge. Die müsst ihr euch mal abgewillen. Hoppala. Hoppala. Oh, oh. Ich hab scheiß Fass hier. Kannst du mich mal? Oh, hat gereicht. Hat gereicht. Das hier brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach weiter. Oh, 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 oh. Oh, die zieht gut ab, die Waffe hier. Oh, scheiße, Mann. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Stirb. Okay, lassen wir uns mal sich abreagieren. Dann gibt's eine drüber. Halter, Halter. So. Das Herz ausdrücken. Oder die Bommel. Ich glaub, in der amerikanischen Version, hab ich ja des Öfteren schon gesagt, ist das, glaub ich, ein Herz. Stimmt, die Waffe könnten wir auch mal benutzen hier. Jee. Das ist meine Wurstfabrik hier. Das ist echter Naturdarm. Hm. Hoppala. Oh, ich hasse sie so. Also die Waffe, die haut so dermaßen rein. Eine Witzke. Und natürlich wird er wieder irgendeinen automatischen Speicherpunkt nehmen hier. Ach. Das verstehe ich nicht. Aber ich hab auch nicht gespeichert, oder was? Na, das ist ja mal richtig clever von mir wieder. Halt's Maul. Komm, mein Bester. Feierabend. Ich muss mir das mehr angewöhnen, F5 zu drücken. Nach jedem erfolgreichen Kampf. So. Bam. Das war mal ein Headshot. Was auch. Na komm. So. Und abhauen. Wopala. So nicht, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Gibt's auf den Sack. Gibt's nicht. Irgendwie treff ich ihn nicht, ne? Der hat hier sessen. So, jetzt haben wir auch keine Lebensenergie verloren. Wäre ja auch frevelhaft. Jetzt wussten wir ja schon, dass sie kommen. Hier ist zu. Okay, die laden wir nochmal durch. Rocket Launcher haben wir nicht. Tja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Auf jeden Fall speichern wir erstmal ab. Nehmen wir die Waffe mal. Na, wo seid ihr? Kommt schon. Wo seid ihr? Gibt's da irgendwas zum Ausweichen? Jawohl. Hehehehe. Das sollte genügen, oder? Boah, fuck you. Selbst auf den Latz gehauen. Die halten gut aus, die Jungs. Die halten richtig gut aus. Und nochmal abspeichern. Ich glaub, die haben immer hier die Viererwaffe. Die hat richtig Bums. Oh, eh. Ich meine, warum nicht, ne? Zu Hause erstmal so einen schönen Darm hin. Hat ja was. Hat bestimmt mein Proktologe auch zu Hause. Hm. Halt's Maul. Ich hab's Gefühl, die haben mehr Energie als die. Die Cheaten. Was ist das? Ey, Leute. Igitt. Der wird ernährt dadurch, oder was? Das ist ein Boss. Und wir sollen ihn zerstören. Aber er sitzt da an seiner Glaskuppel. Und ich geh jetzt nochmal rundum. Guckt euch den mal an. Gucci, Gucci, Gu. Was hat denn der dafür? Das ist ein Sadomaso-Schnipsel im Mund. Oh, das ist mal ein Riesenbaby. Okay. Hier rechts ist offen. Das ist Corporal Hatton zu any member of Cobra. It is imperative, we regroup. Okay, da hinten kommen wir wahrscheinlich zu ihm. Und muss ich ihn besiegen. Aber ich guck nochmal hier drüben. Da hinten ist rot. Da brauchen wir gar nicht hingehen. Hoppala. Die ganzen Fässer noch ein bisschen Unordnung machen hier. Okay, Leute. Ich glaub, wir gehen dann rein, oder? Hoppala. Dein altes Leckbrett. Nimm das weg. Speichern das mal ab hier. So, mein Bester. Okay, das war Kacke. Alter Verwalter. Krasse Action. Krasse Action. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hey, der Witzker. Ähm. Genau. Quicksave. Krass. Bitte. Ah, das kommt auch noch zurück hier, mein Zeugs. Ich glaub, wir können ihn so nicht besiegen. Ich glaub, das ist nicht das Rätsel's Lösung. Ist da hinten denn offen? Bloß hängen da ein Leckbrett raus. Ui. Ah, ich glaub, das ist es schon. Genau, irgendwas haben wir aktiviert. Oder können wir jetzt aktivieren. Das machen wir mal. So. Bisschen Deo. Hahaha. Achtung, das brennt. Okay, er öffnet uns den Weg. Was bringt mir das jetzt? So, auf den Sack. Ich speichere nochmal ab. Okay, jetzt ist es raus hier, oder was? Ah, hier ist offen. Mach's gut. Okay. Na los, kommt. Ihr wollt es doch auch. Kommt keiner. Will keiner kommen. Na, da ist ein Fahrstuhl. Ist hier noch irgendwas, was ich drücken kann. Ich brauch hier nochmal so ein Metalbonbon, damit ich hier meine HP wieder aufladen kann. Oh, ii, guckt euch das an. Da kommt der Schmodder raus. Das ist ja widerlich. Okay, wir müssen in diesen Fahrstuhl, hab ich das Gefühl. Und was da passiert. Liebe Leute, das sehen wir das nächste Mal hier auf Linderhack mit Quake 4. Ja, haut rein.